Hey Leute, willkommen zu einem neuen COD-Video. Es gibt weitere Informationen zu Black Ops 3. Dieses Wochenende stehen zwei ziemlich coole Aktionen an. Zum einen kann man Doppelt-XP wieder genießen und zum anderen, und das ist das Besondere, man kann das erste DLC kostenlos auf der Playstation 4 testen. Wir kommen zuerst zum Doppel-XP-Wochenende. Hier ist es so, dass man Doppel-XP bekommt für den Multiplayer, für Black Ops 3 Zombies und für die ganzen Waffen. Das heißt, wieder alles auf einmal. Die ganze Sache, die startet am 1.4., das heißt morgen am Freitag um 19 Uhr und läuft dann bis Montag, den 4.4. auch um 19 Uhr. Ist eben verfügbar auf der Playstation 4, auf der X1 und auf dem PC. Wie es mit den alten Generationen aussieht, also Playstation 3 und Xbox 360, weiß ich gar nicht ganz genau. Da müssen halt die Leute Bescheid wissen, die auf diesen Plattformen spielen. Wenn ihr immer Doppel-XP hattet, wenn die ganzen anderen Konsolen auch Doppel-XP hatten, dann wird das dieses Mal ganz sicher auch wieder so sein. Ich persönlich, ich muss sagen, ich hätte mich ja mehr über ein Doppel-Crypto-Wochenende gefreut. Ich hoffe, da kommt nochmal irgendwas. Die ganzen COD-Punkte sind einfach sehr überteuert und die ganzen Cryptos, die man so bekommt, kommen irgendwie gefühlt viel zu langsam. Von daher, Doppel-Cryptos werden mal wieder ganz nice. Mal schauen, ob uns da irgendwann in der nächsten Zeit was erwartet. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Außerdem wird es dann, wie gesagt, noch ein Free-DLC-1-Weekend auf der Playstation 4 geben. Das heißt, an diesem Wochenende kann man komplett das erste DLC kostenlos spielen. Man muss da auch nicht irgendwie was runterladen. Die ganzen Maps sind schon runtergeladen. Das heißt, sobald dieses Free-Weekend startet, tauchen dann die ganzen Maps und so weiter in der Rotation auf. Oder man geht eben speziell in die Awakening-Playliste. Das kann man auch machen. Und es wird außerdem so sein, dass man natürlich auch die neue Zombie-Map, der Eisendrache, spielen kann. Dafür muss man halt bei Zombies dann die Map einfach auswählen. Dieses Free-DLC-Weekend, das startet auch am 1.4. um 19 Uhr. Das heißt, auch morgen und läuft dann auch bis zum 4.4. um 19 Uhr. Das heißt, Double XP und Free-DLC auf der Playstation 4 wird gleichzeitig ablaufen. Man kann eben beides gleichzeitig genießen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Kombination. Und dass man eben dieses erste DLC kostenlos testen kann, finde ich auch sehr gut. Vielleicht schlagen noch ein paar Leute zu. Vielleicht werden die ganzen Playlisten auf den neuen Maps so ein bisschen voller. Verkehrt wäre es nicht, würde ich sagen. Ja, testet die ganze Sache einfach aus, falls ihr das DLC noch nicht habt. Und ja, das war es ansonsten mit dem kurzen Informationsvideo. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, dass man das erste DLC kostenlos testen kann für dieses Wochenende. Wie gesagt, ich finde es eine gute Aktion. Wenn mich nicht alles täuscht, hat es das auch in der Vergangenheit am PC schon ein paar Mal gegeben. Da konnte man sogar ab und an den Multiplayer komplett kostenlos testen. Und ja, jetzt wird das eben auch auf der Konsole gemacht. Ist, denke ich, nicht verkehrt. Und ja, ansonsten war es das dann mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst ihr immer gerne eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und weil ihr es weiterhin COD-Videos sehen wollt und in Sachen COD auf dem aktuellsten Stand sein wollt und noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr auch das gerne machen. Das war es von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.